SRF 3 Das ist der Samstag auf SRF 3 und wir haben mehr als einfach nur Schokolade, Käse und Wein. Wir haben sie und sie. Sie ist weltberühmt, eine Marke so bekannt wie Coca-Cola oder Mercedes. Wo treffen wir das Heidi aus den Bündner Bergen heute noch an? Wo, wo Heidi draufsteht, ist auch wirklich Heidi drin. Eine Reise in die heile Bergwelt, aber auch ins Geschäft vom Heidi. Heute am Morgen im Reisemagazin Auf und Davon. Mein Name ist Peter Wald. Ein kleines Mädchen, das bei ihrem Grossvater auf der Alp lebt. So fängt sie an, die Schweizer Geschichte, die seit über 130 Jahren auf der ganzen Welt erzählt wird. Das Heidi ist eine Erfolgsgeschichte. Auf und Davon entdeckt die Schweiz. Mit SRF 3 SRF 3 Reisereporter Manuel Rothmund. Du hast dich auf die Spuren von Heidi gemacht. Hast du sie gefunden? Ja, ich, also, so gut man sie halt finden kann, oder? Sie ist ja nicht real. Und ich wollte da schon schauen, wo kann man Heidi noch so richtig erleben. Und da habe ich mich zuerst natürlich auch ein bisschen mit der Geschichte selber auseinandergesetzt. Und da bin ich schon erstaunt gewesen, weil jedem ist ja bekannt, dass Heidi auf der ganzen Welt bekannt ist. Aber das Ausmass ist nicht bewusst, oder? Die Bücher von Johannes Spierig hören zu den erfolgreichsten Kinderbüchern überhaupt so erfolgreich, dass sie in über 50 Sprachen übersetzt worden sind. Dazu gibt es vom Heidi sechs Zeichentrickfilme, zehn Spielfilme, vier Fernsehserien, acht Comic-Heftserien und noch vier verschiedene Musicals. Und das alles verteilt auf die ganze Welt von Japan über England bis in die USA. Das ist uns irgendwie gar nicht so bewusst, dass wir einen Weltstag haben mit dem Heidi. Ist denn, ähm, das kleine Mädchen ist wirklich ein Superstag? Ja, und da muss man schon sehen, das ist halt ein Vorteil, weil sie wird halt nicht älter, oder? Das Heidi ist keine reale Figur und trotzdem kommen so viele Touristen in die Schweiz und die wollen dann herausfinden und sehen, wo ist das Mädchen aufgewachsen. Und das ist ein weiterer Vorteil. Die Heidi-Geschichte ist zwar erfunden, sie spielt aber an realen Orten, also Orten, wo man anschauen kann. Das Heidi ist darum ein absoluter Touristenmagnet. Das bestätigt Daniela Bär von Schweiz Tourismus. Das Heidi ist eine ganz wichtige Symbolfigur, weil sie ist bekannt und beliebt und sie ist natürlich eine Sympathieträgerin für unser Land. Das Heidi steht für Natürlichkeit, für Bodenständigkeit und Echtheit, aber auch Bescheidenheit und verkörpern damit ganz wichtige und typische Schweizer Werte. Sie ist ein Symbolbild für eine heilige, ursprüngliche Bergwelt, die wir ja in unserem Marketing auch sehr oft einsetzen. Ja, und da muss man sich mal vorstellen. Allein im Heidi-Dorf sind jedes Jahr weit über 80'000 Besucher. Und viele davon kommen aus Japan, aus dem arabischen Raum, aus China und ganz Europa. Und Sie, Ari, wollen das Heidi sehen oder zumindest eben dort, wo es aufgewachsen ist. Kannst du mal so einen Überblick geben, was man dort alles anschauen kann? Wo kann man das Heidi heute noch erleben? Ja, als erstes natürlich Meierfeld selber mit dem Heidi-Dorf. Es hat weiter einen Heidi-Hof, dann hat es einen Heidi-Brunnen, dann ist die Freundin vom Heidi, die Clara, ja in der Chur gewesen, in Bad Ragaz. Dort gibt es sehr spannende Sachen zum Anschauen. Und dann ist natürlich die Johanna Spiri selber die Erfinderin vom Heidi. Sie ist ja in der Gemeinde Herzl aufgewachsen und auch dort findet man Spuren vom Heidi. Und genau auf diesen Spuren vom Heidi sind wir heute am Morgen im Reisemagazin auf und davon. Das Heidi, die bekannteste Schweizerin auf der ganzen Welt. Ein erster Halt ist das Dorf, wo das Heidi eben aufgewachsen ist, Meierfeld. Da gehen wir hin, noch vor der Halbe, hier auf SRF 3. SRF 3 am Samstag. Wer ist weltweit die bekannteste Schweizerin? Da müssen wir nicht lange nachdenken. Heidi, Heidi, Heidi. Auch wenn das kleine Mädchen eigentlich ja nur eine Figur aus einem Kinderbuch ist, sie ist wirklich weltbekannt. Heute wollen wir im Reisemagazin auf und davor mal herausfinden, wo kann man denn das Heidi heute noch erleben? SRF 3 Reisereporter Manuel Rothmund, du hast dich auf die Suche gemacht nach dem Heidi. Ja und wo könnte meine Suche besser anfangen als dort, wo Heidi auch wirklich aufgewachsen ist, in der Bündner Herrschaft, in Meierfeld. Das malerische Dorf ist eigentlich eine alte Römerstadt und Meierfeld ist natürlich voll mit Heidi-Sachen. Das fängt schon bei etwas ganz Kleines an, natürlich beim Heidi-Brunnen. Der steht an der Passstrasse zur St. Luzien-Steig rauf und ist zum Gedenken an die Schriftstellerin Johanna Spiri, also der Erfinderin vom Heidi, dort platziert worden. Der Brunnen ist für Touristen natürlich aus der ganzen Welt ein absolut beliebtes Fotosujet. Und dort kann man perfekt grillieren und picknicken mit einem schönen Ausblick über das ganze Rheintal. Wunderschön. Dann geht es weiter, würde ich doch sagen, in die Höhe. Oberhalb des Dörfli Meierfelds steht das Heidi-Dorf mit dem Heidi-Haus und dem Heidi-Hof. Genau. Und dort ist man natürlich voll in der Welt von Heidi. Authentischer und originaler als in diesem Heidi-Dorf kann man die Welt von Heidi eigentlich nicht erleben. Wie sieht denn die Welt aus? Ja, das sei wirklich bewusst so gemacht worden, ganz original und ganz schlicht und einfach. Das sagt der Jürg Münthner vom Heidi-Dorf selber. Kein Spektakel, alles soll so original sein wie möglich. Das Heidi-Dorf ist sicher von Heidi-Geschichte her die originalen Städte, oder? Und die Authentizität, die es hier oben hat, das ist das, was die Leute beeindruckt und das, was sie auch suchen. Ambiente wollen die erleben, das Ruhige, die Natur, das Echte, das Gesunde. Das macht den Leuten Freude. Ja, und dort oberhalb von Meierfelds steht dann eben auch das original Heidi-Haus. Das ist ein altes Wohnhaus, das noch genau so eingerichtet ist, wie es in der Geschichte der Fall ist. Weiter sind auch die Tiere dort oben, die es oben hat in der Geschichte auf der Alp. Also zum Beispiel Geisse und Hühner, die laufen dort fast frei umeinander. Auf Wunsch kann man dann auch das Haus im Rahmen einer Führung anschauen. Dann erfährt man noch ein bisschen mehr über Heidi und ihre Geschichte. Dann ist aber sicher auch Johanna Speiri ein Thema in Meierfeld. Wir haben ja schon gehört, es hat einen Brunnen in Gedenken an sie in Meierfeld, aber auch ein Museum. Ja, das Museum steht auch in diesem Heidi-Dorf oberhalb von Meierfeld. Und in diesem Museum erfährt man mehr, wie Johanna Speiri überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass Heidi die Heidi-Geschichte schreibt. Das hat sie nämlich in einer eher traurigen Zeit gemacht, nämlich nachdem ihr Mann und ihr Sohn im gleichen Jahr gestorben sind. Dann ist sie nachher zu einer Kollegin in die Bündner Herrschaft bei Meierfeld in die Ferien. Und die Eindrücke, die sie dort gesammelt hat, die kann man eben heute in dieser Geschichte lesen. In diesem Museum hat es zum Beispiel Ausgaben der ersten Heidi-Bücher, die überhaupt auf den Markt gekommen sind. Jetzt haben wir gehört, das ist so ein kleines Dörfchen mit Geissen, Hühnern und so. Wie kommt das denn mit dem riesigen Besucheransturm überhaupt zu schlagen? Es sind ja über 80'000 Touristen im Jahr. Ja, dort hört dann eben die idyllische Heidi-Welt ein bisschen auf. Es hat nur 200 Meter vom Heidi-Dorf weg, ist der Heidi-Hof. Das ist ein grosses Restaurant, wo man sich verpflegen kann. Das Restaurant ist zwar wirklich sehr schön, aber dort hat es dann eben zum Beispiel die grossen Parkplätze für die Autos und für die Reisegar. Und dort räbeln es an gewissen Tagen halt wirklich von Touristen. Die kommen vor allem aus Asien und dem arabischen Raum. Die stürmen dann das Souvenirlad, die WC und eben das Restaurant. Ja, und dann wird man halt schon ein wenig aus der Heidi-Welt rausgerissen. Und dann merkt man halt auch, dass das Heidi mittlerweile zu einem Geschäft geworden ist. Ein anderes grosses Beispiel ist zum Beispiel, dass vor dem alten Heidi-Haus aus Stein und Holz dort steht ein Drehkreuz, wo man das Ticket reinheben muss. Also wie ein wenig, ich weiss nicht, im Europapark oder so. Also das ist eben ein wenig weniger Heidi-Welt. Das hat es zu den Zeiten des Heidi definitiv noch nicht gegeben. Das Heidi ist also zum Geschäft geworden. Ein Geschäft, das sehr erfolgreich ist. Das merkt man nicht nur zu Meierfeld am Hauptort von der Heidi-Geschichte, sondern auch in der Nachbargemeinde in Bad Ragaz. Und dort gehen wir gerade hin, ich denke wahrscheinlich baden, nach der halben Tag auf SRF 3, auf den Spuren von Heidi. Heute entdecken wir das Heidi in der Schweiz. Und die Spuren vom Heidi führen uns auf Bad Ragaz, in die Nachbargemeinde von Meierfeld. Das haben wir vorher gehört, dort wo das Heidi aufgewachsen ist. Bad Ragaz direkt über dem Rhein. SRF 3 Reisereporter Manuel Rothmund, was spielt denn das Bad Ragaz in der Heidi-Geschichte für eine Rolle? Die Heidi hat ja, als sie in Deutschland war, eine Freundin kennenlernen. Und zwar war das die Clara Sessemann. Das Mädchen konnte nicht laufen und ist darum im Rollstuhl gesucht. Und die Clara geht dann in der Geschichte zu Heidi und zu besuchen. Und das verbindet sie mit einer Chur in Bad Ragaz. Und da sind wir gerade beim Thema Bad Ragaz, ist ja wirklich einer der bekanntesten Churort der Schweiz. Das ist sicher so, ja. Obwohl Bad Ragaz heisst das Dorf erst seit 1937, vorher hat es einfach Ragaz geheissen. Erst seit sich die Badikultur mit dem Thermalwasser etabliert hat, ist dann das Bad vorne hergekommen. Und so wie das die Clara in den Heidi-Büchern gemacht hat, kann man das Bad Ragaz natürlich auch heute noch kuren. Natürlich ein ganzes Stück komfortabler als zu der Zeit, in der das Buch geschrieben wurde. Heute steht in Bad Ragaz ein modernes Badetempel. Im heilenden Thermalwasser kann man sich dort etwas entspannen. Ein kleiner Wermutstropfen. Man merkt, dass die Churen eben schon zu einem gewissen Punkt Luxus ist. Eine Familie mit zwei Kindern lässt im Thermalbad in Bad Ragaz am Wochenende nur zum 2 Stunden Baden knapp 100 Franken liegen. Da ist dann die Fahrt und die Verpflegung halt noch nicht einberechnet. Was gibt es denn in Bad Ragaz sonst zu sehen oder zu machen, das nicht so auf das Bootmonet drückt? Es gibt eine Gratis-Reise und zwar zurück in die Zeit vor dem Heidi. Und zwar, wenn man in die Taminen-Schlucht hinterläuft. Auf einem gemütlichen und sehr breit ausgebauten Wanderweg kann man von Bad Ragaz bis ganz hinteren in die Taminen-Schlucht laufen. Und das ist schon sehr eindrücklich, wenn man am Bach entlang spaziert und auf beiden Seiten gehen dann die Felswände bis zu 70 Meter grad in die Höhe. Und das ist ja vor allem auch imposant, wenn man daran denkt, dass die Leute zum Kuren früher in dieser Schlucht baden mussten. Absolut, man muss sich das mal vorstellen. Man hat irgendein Gebrechen gehabt und muss sich dann in einem Korb, also dort sitzt man dann drin, 70 Meter abseilen lassen, bis man im 36,5 Grad warmen Thermalwasser ist. Also da hat man einiges auf sich genommen, um zu kuren. Da würden wahrscheinlich die meisten doch eher die Luxus-Variante vorziehen. Was kommt man dann, wenn man ganz hinten ist, in der Schlucht? Wo kommt man dann an dort? Dort ist man dann beim alten Bad Pfefers. Dort erfährt man, wie sich das Wasser den Weg bis auf Bad Ragaz gefressen hat und wie die Menschen seit dem Jahr 1240 dort baden sind. Sogar der weltbekannte Naturforscher und Arzt Paracelsus war dort dort tätig, und zwar als ersten Badearzt. Das absolute Highlight in der Terminenschlucht ist aber das, wenn man nachher noch weiter hinten läuft. Man kann dann nämlich in den Fels reinlaufen. Durch so einen Stollen kommt man über einen bequemen Weg bis an die Quelle des Thermalwassers. Man sieht dann quasi, wie ein Bach entsteht. Und das Wasser kommt wirklich mit genau 36,5 Grad aus dem Felsen raus. Also ein Naturspiel, das es wahrscheinlich nicht an vielen Orten gibt. Und vergessen wir nicht, in dem Wasser ist Clara, die Kollegin von Heidi, gekuren. Geschadet hat es ihr definitiv nicht, weil sie hat ja dann später in der Geschichte tatsächlich wieder laufen können. Die Johanna Spiri, die Frau, die sich das alles ausgedenkt hat, die kommt aber gar nicht aus der Region von Heidi. Die kommt ursprünglich aus dem Kanton Zürich. Und zwar aus der Gemeinde Hirzel. Das ist unser nächster Stopp, da im Reisemagazin Auf und Davon, nach der Elfen. Ja, wir sind doch Schweizer und wir haben das Heidi. Und das Heidi, das ist wirklich die Figur, die auf der ganzen Welt am bekanntesten ist. Eine Marke, so berühmt wie Mercedes oder Coca-Cola. Und jetzt suchen wir das Heidi in der Schweiz. Auf und Davon Wo kann man denn das Heidi heute noch erleben? Deren Fragen ist der SRF 3 Reisereporter Manuel Rothmund nachgegangen. Und Manuel, du hast dich nicht nur auf das Heidi selber konzentriert, sondern auch auf ihre Erfinderei. Genau, das ist so. Ich finde, es wäre fahrlässig gewesen, wenn man über das Heidi redet und kein Wort über die Schriftstellerin, die Johanna Spiri, würde verlieren. Oder besser gesagt, die Johanna Häusser, wie sie mit bürgerlichem Namen geheissen hat. Die Frau hat nämlich auch sehr viel zu erzählen. Aufgewachsen ist sie in der Gemeinde Hirzel im Kanton Zürich. Das Dorf kennen viele Leute vielleicht, weil sie mit dem Auto schon mal durchgefahren sind. Es ist nämlich die kürzeste Verbindung zwischen Wedenswil und Silbruck. Und die Gemeinde ist verständlicherweise so stolz auf ihre Johanna, dass sie gerade ein Museum eröffnet haben für sie. Okay, und was gibt es in diesem Museum zu sehen? Ja, man bekommt so eine Vorstellung über, wie das Leben von Johanna Spiri war. Sie als Tochter eines Arztes und einer Dichterin ist eher in einem wohlhabenden Verhältnis aufgewachsen. Im Museum hat sie dann auch alte Schriften von Johanna Spiri, Bücher von ihr und auch viele Originalbilder. Und natürlich will man auch auf dem Hirzel ein bisschen von diesem Heidi hoch abschneiden. Es hat sogar einen Museumsshop, wo man dann Heidi-Bücher und Heidi-Hörbücher kaufen kann. Das Ganze ist im alten Schulhaus von Johanna Spiri in der Gemeinde Hirzel. Und weiter kann man natürlich auch das Geburtshaus von Johanna Spiri anschauen. Jetzt hat Johanna Spiri aber nicht nur auf dem Hirzel gewohnt, ein grosser Teil von ihrem Leben hat sie in der Stadt Zürich verbracht. Gibt es denn da auch noch Spuren von ihr? Ja, die gibt es und die kann man auch besichtigen gehen. Das sind die vielen Plätze, die sie gewohnt hat. Und die waren meistens an bester Lage. Zum Beispiel hat sie ein ganzes Jahr direkt an der Bahnhofstrasse gewohnt in Zürich. Dann auch am Zeltweg 9, wo jetzt das Kunstmuseum in der Nähe steht. Oder an der Stadelhoferstrasse 22, gerade in der Nähe des Zürichsees. Also man merkt auch da, die Johanna Spiri hat in wohlhabenden Verhältnissen gelebt. Man könnte also eine kleine Johanna Spiri-Tour durch Zürich machen. Das geht ohne Probleme zu Fuss. Und beenden könnte man diese Tour ja direkt bei Johanna Spiri. Selber, nämlich auf dem Friedhof Seilfeld, wo Johanna Spiri begraben ist. Und dann war man auch noch in dem schönsten Quartier von Zürich. Ist doch auch nicht schlecht. Das Reisenmagazin auf und davon, heute auf den Spuren von Heidi. In der Schweiz ist es aber nicht so, dass überall dort, wo Heidi draufsteht, auch wirklich Heidi drin ist. Wo, dass man für sein Geld sehr wenig Heidi bekommt. Das gehört dann noch vor der Halbe hier auf SRF 3. Bei mir ist SRF 3 Reisereporter Manuel Rothmund. Manuel, du hast uns heute viele Orte vorgestellt, wo man die Geschichte von Heidi hautnah erleben kann. Jetzt ist aber nicht überall Heidi auch wirklich drin, wo Heidi draufsteht. Das ist eben so. Man muss sich das mal vorstellen, dass Heidi, da denkt man zwar an das kleine, herzige Mädchen, aber Heidi, das ist zu einer riesen Marke, zu einem Brand geworden. Ein absoluter Magnet für Touristen. Das bestätigt Daniela Bär von Schweiz Tourismus. Also, Heidi ist weltweit ein Begriff und eben auch sehr beliebte und ausschließlich positiv besetzte Figur. Und darum zieht die Figur, zieht Heidi natürlich weltweit auch Leute an. Und die Leute, wenn sie sich Heidi vorstellen, stellen sie sich eben gerade eine schöne Schweizer Berglandschaft vor, eine idyllische und ich glaube, die meisten wollen dann gerade mit dem Heidi tauschen. Und darum ist das ganz eine starke Marketingbotschaft, die wir mit dem Heidi als Person verkörpern können. Also rundum positiv, oder? Und von diesem Heidi-Kuchen will sich natürlich jeder so viel wie möglich abschneiden. Das fängt schon an in der Region, wo das Heidi herkommt. Dort gibt es zum Beispiel das Swiss Heidi Hotel. Und auf dem Logo ist sogar das Heidi abgebildet. Aber wer in diesem Hotel hinein irgendetwas erwartet, das mit dem Heidi auch nicht im Geringsten zu tun hat, der täuscht sich, auch wenn das Hotel sehr schön ist. Mit dem Heidi hat es nichts zu tun. Ausser, dass es zu Meinfeld steht. Eben, immerhin steht es zu Meinfeld. Aber es geht auch noch dreister. Ja, es gibt Heidi-Wanderungen, Heidi-Hütten, wo das Heidi aber gerne war. Das kann man dort alles machen. Vielleicht ist dann irgendwie dort mal ein Heidi-Film gedreht worden, von irgendwelchen Japanern oder so. Aber Geschichte spielt nicht dort. Oder auch Produkte zum Kaufen. Man kennt ja alle die Heidi-Produkte, die man aus dem Regal nehmen kann. Die Lebensmittel kommen aber nicht aus dieser Region. Die sind zwar aus der Schweiz, haben aber mit dem Heidi nichts zu tun. Und man glaubt es kaum, aber es gibt sogar im Österreich-Hotel, die mit dem Namen Heidi werben. Die sagen vielleicht, das hat nichts mit eurem Heidi zu tun aus der Schweiz. Und trotzdem profitieren auch die Hotels von der positiven Ausstrahlung, die nur schon den Namen Heidi hat. Also daran sieht man, Heidi ist eine Marke geworden. Und nicht selten verkauft sich halt etwas doch ein Stück besser, wenn der Name Heidi drauf steht. Das heisst auch, wenn man am Heidi selber alles glauben würde, wenn man einen Ausflug plant, nicht überall, wo Heidi drauf steht, ist ein Heidi drin. Genau das ist es so. Am besten, man informiert sich wirklich vorher ein wenig, wo man übernachtet, was man den Tag durch genau unternimmt, weil unter Umständen hat das eben gerne nichts mit der Originalgeschichte von Heidi zu tun. Am wenigsten kann einem passieren, wenn man halt ganz einfach die Geschichte von Heidi kennt, weil dann weiss man, wo es Heidi gelebt hat und wo dann auch genau die Sachen sind, die man anschauen kann.